Es wird wieder das Tanzbein geschwungen. Bald startet die 17. Staffel der beliebten Tanzshow Let's Dance. Jetzt sind die Kandidaten für 2024 bekannt. Und die können sich sehen lassen. Der Choreograf Detlef D'Soust fegt genauso wie das Model Eva Pattberg über das Parkett. Auch die Schauspieler Mark Keller und Lina Larissa Strahl kämpfen um den Pokal. Ebenso wie die Sänger Gabriel Kelly und Lulu Lewe. Natürlich sind auch wieder Influencer dabei. Ann-Kathrin Bendixen, Sophia Thiel und Stefano Zarella wollen ihr Tanztalent unter Beweis stellen. Lustig wird es mit den Comedians Maria-Klara Groppler und Toni Bauer. Ergänzt wird der Cast schließlich durch die Moderatorin Jana Waschnitzer, den Die-Höhle-der-Löwen-Investor Tilman Schulz und den Ninja-Warrior-Star Simon Brunner. Bei dieser Star-Besetzung wird Let's Dance sicher wieder ein echtes Highlight.